Ist es nur Zufall oder fällt es mir immer nur zufällig auf, dass es hier immer tausend Millionen Leute mit YouTube am Ende heißen? Ich weiß nicht, ob die Leute die Bedeutung des Namens irgendwie wissen oder überhaupt einen YouTube-Kanal haben, aber die meisten davon haben wahrscheinlich gar keinen YouTube-Kanal und keine Ahnung. Also wahrscheinlich die meisten auch schon, aber ja, beziehungsweise heißen ja heutzutage echt extrem Leute, nämlich da einer, da einer, da einer, da einer, eine Stückzahl so ungefähr fünf jetzt hier in der Community und das ist schon wieder extrem viel. Oh ja, deswegen habe ich mir immer gedacht, hier so entsteht dieses Video. Hey Leute, alles klar bei euch? Wenn ihr da freut mich auf jeden Fall. Heute mal ein etwas anderes Video, beziehungsweise so ähnlich wie dieses. Ja, wie findest du meine Friese-Videos? Jedoch heute mal ein kleiner Troll, beziehungsweise ja, so etwas in der Art. Also wir werden vor denen hier ein paar Leute rausziehen, die YouTube am Ende heißen. Müssen wir auf jeden Fall mal versuchen hier, oder eigentlich müssen die nicht. Vielleicht fallen die trotzdem drauf rein, aber ja gut. Leute, wir probieren das jetzt hier auf jeden Fall und schreiben denen einfach, wie findest du, kann ich einen Screen machen oder sowas. Und probieren wir den dann halt zu hitten. Und Leute, wir sehen uns gleich, wenn ich den ersten gefunden habe. Screen. Ja, ich screen, bitte screen. Please screen, screen. Screen, Digga. Weil, ich kenn dich. Ich kenn dich, Digga, ich kenn dich. Also nicht, aber ja, ich kenn dich schon generell. Leute, es wäre bestimmt ein bisschen peinlich, wenn es, ja, halt so wäre, dass ich jetzt verliere, aber ja, kann schon sein, dass ich verliere halt. Dankeschön auf jeden Fall an dich, aber natürlich kein Stream gemacht. Ohne, er wreckt mich, er wreckt mich. Ja, so Leute, ich bin einfach schlecht so. Ist einfach der Grot, so. Wie gesehen. Okay, ich kann stream mit ihm machen. Freut mich auf jeden Fall. Schauen wir den Gold auf, wir phrasen. Schüss, Digga, gönn dir. Gönn dir, das war auf jeden Fall diesmal fokussiert. Oh, jawohl, Digga. Hallo, lest du mal den Chat. Gut. Lest du mal den Chat, Digga. Warum lest du nicht den Chat, Mann? Ich könnte dich freuen, Mann. Lest du den Chat. Ja, danke, danke. Danke, Digi. Nein, er macht den Gleichdreck. Ja. Das schneide ich raus. Screen. Hallo? Kann ich den Screen vielleicht mal machen? Screen, come on. Digi, du scheinst auch nicht zu uns zu sehen dafür, oder? Jawohl, jawohl. Danke. Aber ich wette, du machst den gleichen Trick. Ja, war klar. Safe. Okay, du wolltest es so. Dann. Junge, als ob er ein halbes Herz hat. Wie konnte er so gut über... Was? Ich weiß, es ist ein bisschen peinlich, wenn ich keinen einzigen von den Kämpfen gewinne. Aber, ja gut, kann man nichts machen, so. Alles launig. Ich weiß, es ist ein bisschen peinlich, wenn ich keinen Falle in den Kämpfen gewinne. Von irgendwo... Von irgendwo... Äh, Junge, der, 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 schlau. In Sky Wars. Oh, ich sag dir bestimmt, er spielt kein Sky Wars, aber das ist schon ein Sky Wars Typ. Come on. Sag jetzt nicht bitte, dass deine erste Runde hier ist. Komm, ey. Warum nicht halt so? Okay, oh, du willst kämpfen, ne? Du willst kämpfen, mein Freund, du willst kämpfen. Komm, Mann. Alter, mein Thing ist am Arsch. Komm, bitte screen. Ja, Mann. Screen. Jawohl, okay, okay. Er wreckt mich ja denn nicht richtig aseinander, Jungs. Das gibt's mir gelb. Oh, er hat ja wieder ein halbes, wie kommt das? Antworten diese paar Leute nicht. Wie immer diese Leute einfach nicht antworten. Oh, was? Das gibt für mich keinen Sinn, das darf ich kein Stream machen. So war mal ihr verboten, das Streams machen, oder was? Das ist lange, aber der kennt mich halt so. Du verstehst halt nicht wie so, wenn du das Problem hast, halt. So ganz einfach, ne? Okay, du wolltest kämpfen, dann hast du deine Quittung. Okay, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, guck mal. Hits like Van Talks. Okay, irgendwie ist gar kein YouTube-Ding dabei, aber es scheint trotzdem zu funktionieren. Äh, aber ja, gut. Hits like Van Talks, alles klar. Der, 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 der musst du bestimmt. Warum nicht? Warum fangen alle, why? Ich versteh's nicht. Hä? Gibt keinen Sinn, Digga, er gibt keinen Sinn. Er gibt keinen Sinn für mich. Erklär mal. Nee, man, wer schon hieß, like Van Talks, heißt der, der gönnt sich richtig hart. Sehr empfing, Alter. Ja, guck mal, guck mal, Digga, guck mal, guck mal. Junge, wie er sich gegönnt hat. Darum. Oh, Leute, ich muss schon sagen, er hat mich richtig auseinandergenommen. Ja, Leute, ich würde sagen, was war's mit diesem Video. Ich denke mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke mal, ich hoffe, okay, sehr gut. Ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Ich weiß jetzt nicht, wie langs Video war. Ich denke mal, nicht so kurz. Und dann, Leute. Bis dann. Ich denke mal, ich weiß jetzt nicht, wie langs Video war.